Welche Dimensionen brauchen Lehrkräfte, um Unterricht in einer Kultur der Digitalität zu planen? Zum einen gibt es natürlich die inhaltliche Kompetenz, dargelegt durch die curricularen Vorgaben der jeweiligen Fächer. Außerdem gibt es die pädagogische Kompetenz, ebenfalls dargelegt durch die curricularen Vorgaben, aber auch durch die im Schulprogramm verankerten pädagogischen Schwerpunkte. Der Bezugsrahmen ist hier der Paragraf 32 des Schulgesetzes zur Eigenverantwortung der Schule. Die Schnittstelle dieser beiden Dimensionen ist die pädagogische Inhaltskompetenz, auch Fachdidaktik genannt. In der prädigitalen Zeit waren diese beiden Kompetenzen die Grundlage für die Planung von Unterricht. Heute, in einer digitalen Gesellschaft, kommt eine weitere Planungsdimension hinzu. Das ist die Digitalitätskompetenz. Diese wird dargelegt im Orientierungsrahmen Medienbildung oder auch dem KMK-Strategiepapier. Hier lässt sich nachlesen, welche digitalen Kompetenzen Schülerinnen und Schüler mit dem Abschluss der 10. Klasse benötigen. All diese drei Dimensionen sollten Lehrkräfte bei der Unterrichtsplanung berücksichtigen. Das heißt also, dass hier in der Mitte der drei Dimensionen die Planung von Unterricht in einer Kultur der Digitalität angesiedelt ist.